Schatz, ich möchte jetzt wieder einkaufen gehen. Kannst du bitte auf ihren Sohn aufpassen? Nein, Irina, nur bitte. Ciao, ciao. Nein! Hallo, russischer Onkel. Hallo. Scheiße, was soll ich mit dir jetzt machen? Willst du irgendwie mit Feuer spielen oder sowas? Also Mama sagt, Papa spielt mit dem Feuer, weil er sich mit Tante Claudia trifft. Warte, die Claudia, die wohnt da vorne? Stimmt, wirklich. Wirklich? Was weißt du noch so? Also mein Papa sagt, du gehst manchmal in den Baumarkt und nimmst Sachen, ohne dafür Geld zu geben. Okay, wir können mit diesen Geschwätz aufhören, mit diesen Gerüchten. Bist du schon mal ein Auto gefahren? Nee. Willst du? Aber was fährt dein Papa für ein Auto? Also ich glaube, mein Papa fährt ein Auto von Nespresso. Ist das nicht diese mit diesen Brett Pitt? Also ich kenne gar keine Fußballspiele. Ach komm, wir nehmen mein Auto, ja? Los geht's.